Moin, mein Name ist Alvo, ich bin im Wald unterwegs und heute im Outdoor-Adventskalender Tipps und Tricks, soll es um Rucksack und die verschiedenen Rucksackarten gehen. Und wenn dich das interessiert, dann bleibt er einfach dran. Ja, der Rucksack, wahrscheinlich das oder eines auf jeden Fall der wichtigsten Tools, Werkzeuge, Gegenstände, die wir draußen so haben, um unsere Wandertouren, unsere Buschkrafttouren etc. zu machen. Es gibt verschiedene Rucksackarten, es gibt dafür auch grobe Einteilungen, die verschwimmen aber teilweise ineinander, also betrachtet das nicht zu statisch. Alle Rucksackarten zu nennen für jede Art von Sport, die es auf der Welt gibt, ist natürlich nicht das, was ich tun kann. Ich werde die gängigsten aufzählen, mit denen ihr auch im Geschäft und in Outdoor-Foren, um zu diskutieren, am besten vorankommen werdet. Als allererstes haben wir natürlich den klassischen Daypack, der geht so ungefähr bis 30, manchmal auch noch mit ein bisschen Extras, 35, 40, ja, ihr merkt schon, da gibt es keine klare Grenze. Dieser Rucksack hat noch kein besonders gutes Tragegestell, kann aber schon ein erstes haben. Er hat ein normales Belüftungssystem und ist so für Kilo Grenzen, ja, ich sag mal bis 8, 10 Kilo maximal geeignet. Der Einsatzzweck von diesem Rucksack ist natürlich relativ einfach. Wir wollen damit in die Stadt gehen, um einen kleinen Einkauf zu machen. Wir wollen damit zu Freunden gehen und nehmen unsere Tüte Chips mit. Wir wollen damit in den Wald gehen und vielleicht was kleine Schnitzen, ja, wir nehmen noch eine Nässe-Schutzplanung und Tarp mit, weil das passt da normalerweise dann auch noch rein. Aber wir können damit normalerweise keine Übernachtung machen. Natürlich ist es trotzdem möglich, in einem 30 Liter Rucksack alles für eine Übernachtung hinein zu bekommen. Da braucht man aber meistens auch ein bisschen bessere Ausrüstung, aber ihr seht schon, die Grenzen schwimmen mal wieder. Nach dem Daypack, also unserem Alltagsrucksack, gibt es dann den Wanderrucksack. Damit sind schon mehrstündige Touren gemeint, wo vielleicht auch die ersten, ja, vielleicht eine Übernachtung anfangen. Das heißt, wir nehmen das ganze Essen, das ganze Trinken mit, noch mal eine Wechseljacke und so weiter und so fort. Der Wanderrucksack geht normalerweise so von 35 bis maximal 50 Liter. Er ist dafür geeignet, ungefähr 8 bis 14 Kilo, je nachdem zu schlafen, obwohl 14 Kilo schon wirklich, wirklich viel sind bei einem Wanderrucksack, wo man vielleicht dann auch nicht draußen schläft. Der klassische Wanderrucksack hat dann schon ein bisschen mehr Hüftflossen, um das Gewicht vielleicht auch mal zwischendurch auf die Hüfte zu bringen. Er ist durchaus besser gepolstert als der Daypack. Und wie gesagt, er hat mehr Befestigungsmöglichkeiten und in seinen unterschiedlichen Arten, das jetzt zum Beispiel ist ein Alpinrucksack, der ist sehr dünn geschnitten, das mag ich sehr gerne, ist er für den Einsatzzweck des generellen Wanderns, ja, konzipiert worden. Danach kommen wir grob zu den Trekkingrucksäcken, das heißt, dort ist beabsichtigt, draußen zu schlafen, man nimmt einen Schlafsack mit, man hat vielleicht auch noch ein Kochset dabei und so weiter und so fort. Normalerweise gehen diese Rucksäcke so irgendwo zwischen 50 und 80 Litern und können bis 14, 15 Kilo transportieren. Hier muss das Tragesystem schon ordentlich sein, das heißt, wir brauchen gute gepolsterte Schultergurte, wir brauchen ordentliche Hüftflossen, um das Gewicht auf die Hüften raufzubringen und wir brauchen verschiedenste Verstaumöglichkeiten und am besten auch noch irgendwas, was uns vor Regen schützen könnte, also den Rucksack. Zum Beispiel, wenn wir keinen Poncho dabei haben, der auch mit über den Rucksack rübergeht, eine Regenhülle für diesen Rucksack. Der Trekkingrucksack, allerdings auch gerne alle anderen Rucksäcke sollten meiner Meinung nach immer ein kleines Fach für eine Trinkblase, so wie sie einen Schlauchausgang haben. Beim Daypack muss das nicht unbedingt sein, aber zum Beispiel mein Daypack hat sowas auch, weil ich achte darauf. Nach dem Trekkingrucksack kommt natürlich der Schwerlastrucksack. Das sind alle Rucksäcke über 80 Liter, denn normalerweise braucht man für Trekking nicht mehr als 80 Liter. 80 Liter ist schon sehr viel, aber dort gibt es auch verschwimmende Grenzen. Nennen das, was ist denn zum Beispiel mit Trekking im tiefsten Winter bei minus 20 Grad. Dort wird ein 80 Liter Rucksack manchmal vielleicht sogar nur schwer reichen, außer man hat wiederum Hightech-Ausrüstung. Wie gesagt, das kommt immer ein bisschen auf eure andere Ausrüstung an. Es gibt Schlafsäcke, die sind so groß und halten bis 0 Grad und es gibt Schlafsäcke, die sind so groß und halten bis 0 Grad. Euer Rucksack kann natürlich nur das aufnehmen, was ihr sowieso schon zu Hause habt. Und da merkt ihr auch, dass diese größten Angaben immer nur so ungefähr sind. Der Schwerlastrucksack soll natürlich Lasten bis ungefähr 30 Kilo transportieren, auch wenn wir niemals lange mit 30 Kilo gehen werden, vielleicht mal 2-3 Kilometer, aber selbst das finde ich schon ein bisschen viel. Manche von den richtigen Tieren schaffen natürlich noch mehr, aber das ist nicht das, wo der Normalo hin strebt. Mit dem Schwerlastrucksack gehen wir natürlich auf Camping, Mittelalterfestivals, Buschkrafttreffen, alles Mögliche, wo wir noch extra Gepäck mitnehmen, noch ein paar Messer zum Austauschen und so weiter und so fort dabei haben. Also alles, was dann über Gepäck vor allen Dingen dabei ist, was man normalerweise eigentlich gar nicht brauchen würde. Ja, das sind so die vier groben Einteilungen für Rucksäcke. Jede dieser Liter Einteilungen, die es ja im Endeffekt sind, hat nochmal natürlich unterschiedlichste Arten von Rucksäcken. Es gibt zum Beispiel beim Daypack, den normalen Stadt-Daypack. Dann gibt es den Armee-Daypack, der viel Molle-Systeme hat. Dann gibt es den Skier-Daypack, der möglichst wasserdicht mit der Befassung für Skier oder für ein Snowboard sein soll und so weiter und so fort. Es gibt Fahrrad-Daypacks, es gibt Lauf-Daypacks. Alles Mögliche gibt es da. Ebenfalls beliebte in den Daypack sind zum Beispiel auch Slinger. Ist bei mir so eine Sache. Ich habe ein Slinger-Bild, der ist bis fünf Liter für Dokumente und eine Wasserflasche ungefähr geeignet. Dann gibt es natürlich noch verschiedenste Arten von Wanderrucksäcken, die für eher alpines Wandern gemacht sind. Dann eher für schnell, also Speedhiking. Dann wieder so und so und so. Ihr merkt, in jeder Kategorie gibt es dann eine riesige Bandbreite an verschiedensten Einsatzmöglichkeiten. Einfach mal ausprobieren, auch dann in den Laden gehen, sich die verschiedenen Rucksäcke angucken. Da kann man sehr viel, ich finde einfach an persönlicher Individualität, die man haben möchte, an diesen Rucksäcken sich raussuchen und irgendwann die richtigen Rucksäcke für den richtigen Einsatzzweck für sich selbst finden. Zwei grundlegend sehr, sehr wichtige Sachen beim Rucksack, egal bei welcher Art und Weise, ist einmal A, das Tragegestell und B, die Vernähung. Das Tragegestell, darüber habe ich schon öfter gesprochen, das wird wichtiger, je schwerer der Rucksack, also je mehr Gewicht ertragen soll. Ein Tragesystem bringt möglichst rückennah das Gewicht an euch ran, sodass ihr nicht so viel vom Hin- und Herschwenken des Rucksacks habt und die Kraft nicht aufbringen müsst, das ständig auszugleichen. Vernähung ist extrem wichtig, da wird sehr viel Geld oftmals gespart und man erkennt gute Rucksäcke daran, dass sie mehr als einmal vernäht worden sind, gerne auch dreifach vernäht worden sind. Das heißt, wir gucken uns im Laden an oder sonst wo oder auf dem Treffen, wenn wir verschiedenste Rucksäcke mal in die Hand nehmen können von Leuten, die die erprobt haben und gucken an, auch gerne mal, wenn sie schon einige Zeit benutzt sind, wie die einzelnen Nähte zum Beispiel von den Schultergurten noch aussehen. Ihr bekommt da mit der Zeit ein Gefühl für, wie man daran reißen kann und wie fest sich das anfühlt. Das hat man dann auch irgendwann im Gespür. Man fühlt so ein bisschen die Qualität, wie sich das einfach anfühlt, denn die Vernähung ist besonders wichtig, sonst reißt uns irgendwann der Rucksack einfach auf Tour am Schulterriemen und dann haben wir ein riesiges Problem. Das sollten wir vermeiden. Deshalb Augen auf beim Rucksack kaufen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen einen kleinen Überblick verschaffen über die verschiedenen Rucksackarten, worauf ihr so am besten achten solltet, wenn ihr das nächste Mal dabei seid, euch einen Rucksack auszusuchen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch einfach ein Like da. Hier links und rechts oben findest du weitere Videos im Auto Adventskalender. Tipps und Tricks einfach durchklicken und hier links unten auf dem kleinen Button kannst du mich abonnieren, wenn du es noch nicht getan hast, denn dann verpasst du keine folgenden Videos mehr. Ich sage dann mal Tschüss, Tschüss, bis zu den nächsten Videos.